Ich kenne ein Buch, das von Gott erzählt, von seiner Liebe, von seinen Wunden. In der Bibel, im Alten Testament, wird uns von Gottes Liebe erzählt. Ich kenne ein Buch, das von Gott erzählt, von seiner Liebe, von seinen Wunden. In der Bibel, im Neuen Testament, wird uns von Jesus und seinen Freunden erzählt. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!